die entgegengesetzte ecke dahinten perfekt und wir haben den koppelstern generator wunderbar das würde ich nicht empfehlen nein wieso nicht gut du kannst das auch einsammeln bekommen gut dann macht die eisen haben wir noch zwei progen oder zwei progen das ist nichts ist es kaum was rausgekommen aus der jetzt haben wir ja theoretisch eine endlich kredel quelle da kann ich ja genau also wir haben uns zum ziel gesetzt für diese aufnahme mindestens sofern möglich das mit dem koppelstern zu automatisieren wenn ich komplett dauernd abbauen müssen und auch schon die ersten maschinen eventuell zu bauen wenn wir denn genug eisen zusammenkriegen das heißt haben wir ja haben wir alles mit drin alles der kleinen kiste ja ich mache ich mir mal eine raus oder nein machen wir zwei thomas ich nehme mal hier ein paar settings weg und bau jetzt schon mal ein paar robotis an weil wir brauchen aber als nächstes dann dann rupel mal los ja ich rupel mal los bei dem war es doch hier ein abgibt mein rücken bringt mich heute wiederum glaubt ihr das ist aber sehr lebendig jetzt haben wir schon zwei robotis stehe ich stelle mich diesmal so hin dass man euch nebenbei sieht während ich den scheiß hier machen scheiße aber gut ich wollte mich hin hocken genau ich wollte die restlichen zwölf ums noch die ersten der erste robotische ist gewachsen ja war das du mal das holz weg ja ich andere ja das jetzt weg was noch übrig wenn du das holz dann abbaust wir kriegen ja jetzt erst mal zettelst raus das ist ja nicht so schlimm schon zettelst raus kannst du mir immer zu werfen bitte klubst gar nicht viel eisen ich jetzt immer krieg jetzt wo man den eimer und mühsam erfahrt haben kriege ich jetzt ein haufen eisen auf einmal das das ist doch mobbing in rein vor kaum beschwere ich mich dass wir viel eisen kriegen kriege ich gar einfach okay dann brauche ich ein bisschen eisen reingehauen gerade mal schnell ohne ist wir brauchen 1234 dann machen wir erst mal ein weibes genau du hast gleich schon neun euro angepasst das ist wunderbar ich gehe mal zum mob form denn ich hoffe darauf dass wir eine volle speck bekommen und eine nette kleine tasche wundervolle items drin sehr praktikabel items sogar das ist ja irgendwo ein creeper das ist man da hinten schlägt ihr ja ja ich habe ja auch noch ein das ein creeper da sind zwei creeper drin 3 3 3 denn wenn wir eine sports bank dann bekommen was echt cool wäre könnten wir eventuell ein dix rausbekommen eines heute eine klar rausbekommen von dem forst mod und dann können wir die räume schön schnell abbauen dann eine erleichterung für unseren farmer ich habe nur hochzukommen aber ich habe keine weg bekommen das einzige was ich bekommen habe dass ein creeper hat den stellen wir natürlich jetzt erstmal ganz praktikabel da auf wohin da ich habe ein red juli bekommen ja den hebt man auch auf was ist ein red juli daraus können wir slime bonds machen später ok und wenn das alles so klappt wie ich das mir wünschen hoffe können wir da irgendwann ist einfach draus machen was hätte ich da jetzt gefahren ich mache den hammer noch kaputt das sind jetzt noch 23 blöcke die ich damit schlagen kann dann ja ich das nochmal durch und dann gucken wir wie viel eisen wir haben ob ich mir eine rüstung machen kann du wieder ja das war klar das macht sie immer so egoistisch wie die manchmal ist da macht die sich immer eine eisenrüstung als erstes das ist so wieso bist du bescheuert sonst bist du mit den dingern rumgerannt bevor ich überhaupt was hatte ich habe scheiße immer gesammelt und er hat sich einfach ausgebaut verschütteln wie ich die eine hier steht schüttel wenn ich sobald ich die leiste angucke steht und schüttel obendrein dieselbe schüttel die fressen ich habe ich habe nicht viel besser jetzt habe ich gepuppert zum glück gibt es noch keine geruchs lps zum glück ist das fenster hier auf dem stellvon bis jetzt aufstehen ich würde es schaffen und das ist gerade zwei meter entfernt das ist ja so der geruch ist ja das brennende augen ich sehe das fenster die bergung vor allem ist mein hals hat ihm das verstopft ich nehme uns erst mal ganz kurz das pro kontinuier und die force camps denn ich habe was vor das habe ich vor ich werde uns jetzt eine force rod bauen ich brauche was zu knabbern da oben sind würmchen drinnen kannst du knapp und ohne ende guckt sehr lecker ich liebe es die knacken so schnell zwischen die zähne ist dann hätte ich gerade weggeworfen nein meine schokolade schokolade ich krieg gar nichts aus dem kreppel raus traurig aber machen hier so naja silber ingot weiß ich mir fehlt mal eins auch noch ein ding wenn man nickel nickel brauchen wir vorerst noch nicht aber guckt mal was ich habe so habe ich noch nicht auf dann geklickt das ist echt das ist so brutal das kotzen krieg möchte so jetzt haben wir wieder ich habe vorhin auch in zwei wien da hat er ein dinosaurier als hut auf der war plötzlich über die zaun gesprungen nach unten wird gesegelt das ist natürlich tragisch wir haben drei kiste haben drei vorsehen gibt ich werde schon gleich bald die ersten verzauberten gegenstände machen gleich wenn es halt so weit ist die fische sind hier drin gegenseitig seid ihr eigentlich total bescheuert ihr habt da ein rad dabei da habe ich den pfeil abbekommen der oben in der wand steckte als ich die wand abgebaut habe das ist doch brauche ich gerade bei mir wieso geht denn das bei dir bei mir fliegen gerade die ganzen koppelstunden sind wieder aber mussten herangehen ich bin noch noch nicht kriege in der lava warum das soweit du sagst du doch ein nein der nicht eben das nicht ein einziger reingefallene ich habe die alle instant bekommen ich würde man geilen türkis hätte deine falle der lava und dann sammelst du dir das ist einfach so gestört die session bei starcraft wir hätten es echt aufnehmen sollen finde ich gut ich habe schon gewundert wo dieser ist über dir die die alte kleine man das ist aber kein kleiner nein die ender perle ist abgestimmt nein ich habe ich ja kein stress ich habe da was für dich ehre wem ehre gebührt ich habe nicht auf weg gehauen bitte wie es weitergeht jetzt jetzt heißt ja oder wie ja material sammeln wenn nichts anderes gerade das wird ja sehr viel eisen aber da wir jetzt den ersten koppelstern haben können wir uns jetzt einen koppelstern hämmer machen mit dem geht so einiges besser und schneller da geht schneller ja ich glaube schon also wir haben ja jetzt hier soweit erstmal alles so dass wir jetzt erstmal nur den gravel form und sieben und dann weitermachen sobald wir zusammen haben okay dann geht's für euch gleich weiter zurück das ist echt schön egal ich habe jetzt erstmal gravel zu sand und ja 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 ja